Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im Juli 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Für euch stehen die Sterne im Juli überwiegend positiv. Singles können sich gut verlieben, Paare können in einem romantischen Urlaub Zeit miteinander genießen. Im Job könnte es allerdings etwas Stress geben, deswegen ist es gut, dass jetzt Urlaubszeit ist. Falls ihr eine Beratung in einem ganz persönlichen Anliegen braucht, bin ich gern für euch da. Ihr erreicht mich über meinen Kundentelefon oder meine Homepage und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. In meiner Verlosung gibt es diesmal ein Exemplar meines Lilith-Buchs zu gewinnen. Das ist jetzt ganz neu in der dritten Auflage als Taschenbuch erschienen und ich schreibe euch auch gern eine persönliche Widmung rein. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt, erfahrt ihr am Ende des Videos. Also bleibt dran. Jetzt schauen wir in eure Tendenzen für den Juli, euren Erlebnishintergrund mit den langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen. Diese Informationen findet ihr in meinem ausführlichen Jahreshoroskop und das gibt es als Video und ihr könnt es auch in meinem Buch nachlesen. Der Monat beginnt mit der Sonne im Zeichen Krebs in einem sehr schönen Aspekt zu eurem Sternzeichen. Das fördert eure Vitalität und Lebensfreude, ist gut für erotische Momente und kreative Aktivitäten. Gleich in der ersten Juliwoche habt ihr traumhaft schöne Sterne, auch um zu verreisen. Am besten ihr wählt ein Reiseziel am Wasser. Das fördert die Romantik und ist gut für die Seele. Wenn ihr alleinstehend seid, würde euch ein Ferienkurs oder eine Bildungsreise anregen und inspirieren. Die Venus und der Merkur stehen zusammen mit dem Mondknoten im Jobbereich eures Horoskops. Vielleicht erlebt ihr einen Flirt am Arbeitsplatz. Gegenüber steht der Mars im Wassermann, der jetzt rückläufig geworden ist. Ich habe es ja im Juni-Video schon erwähnt und das gilt jetzt auch noch für die kommenden zwei Monate. Diese Konstellation kann anzeigen, dass jemand hinter eurem Rücken gegen euch agiert. Vielleicht jemand, den ihr mal zurückgewiesen hattet oder jemand, der eifersüchtig ist. Und das Ganze kann sich im Kollegenkreis abspielen. Und um dieses Thema kann es zwischen dem 3. und dem 7. Juli auch zu Auseinandersetzungen kommen. Rechnet damit, dass eine Kritik an eurer Arbeit in Wirklichkeit ganz andere Hintergründe hat. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Am 10. Juli geht die Venus ins Zeichen Jungfrau und aktiviert dann in den kommenden vier Wochen euer kosmisches Partnerhaus. Das ist ein sehr schöner Aspekt für Begegnungen und geselliges Beisammensein. Und weil die Venus in der praktischen Jungfrau steht, können das auch durchaus angenehme Arbeitspartner sein. Leute, mit denen man etwas Praktisches auf die Beine stellt und es macht auch richtig Spaß. Wenn ihr in den ersten Tagen des Fischezeichens Geburtstag habt, spürt ihr nun auch den anregenden Einfluss von Uranus. Verbunden mit der Chance, dass ihr jemanden kennenlernt, mit dem ihr geistreiche Gespräche führt, was auch die Grundlage für einen spannenden Flirt sein kann. Am 13. Juli haben wir dann den Neumond im Zeichen Krebs und der aktiviert bei euch den Bereich der Lebensfreude und Kreativität. Allerdings bildet er einen krisenhaften Aspekt zu Pluto, der ja bei euch im Freundschaftshaus steht. Ich habe ja schon in der kosmischen Schwingung beschrieben, dass diese Neumond-Konstellation nahelegt, sich von etwas Altem zu trennen, um Platz für Neues zu schaffen. Bei euch könnte das eine Freundschaft sein, von der ihr euch verabschiedet, zum Beispiel, weil die Person zu viele Forderungen stellt und gefühlsmäßig ein Fass ohne Boden ist. Die günstigen Venus-Aspekte zeigen aber schon, dass ihr wahrscheinlich bald darauf neue tolle Leute kennenlernt, mit denen ihr euch viel besser versteht, weil sie zuverlässig sind und euch trotzdem Freiraum lassen. Und diese günstige Phase geht momentan bis zum 18. Juli. Am 22. Juli abends um 23 Uhr geht die Sonne ins Zeichen Löwe. Sie aktiviert dann für vier Wochen euer kosmisches sechstes Haus des Berufs und der Gesundheit und in den Tagen darauf baut sich eine starke kosmische Spannung auf, die zwar nicht direkt das Sternzeichen Fische betrifft, aber ihr merkt das natürlich auch, weil andere unter dieser Spannung stehen. Vor allem Wassermänner, Löwen und Stiere. Wenn ihr Planeten im Wassermann habt, was bei vielen Fischen der Fall ist, empfangt ihr die Spannung möglicherweise auch ganz direkt. Das müsste man in einer persönlichen Beratung mal klären oder ihr macht mit bei meinem Webinar Antonias Sterne. Da können wir uns das auch anschauen. Jedenfalls müsst ihr damit rechnen, dass die Menschen zunehmend gereizt und nervös reagieren. Am 26. Juli wird der Merkur rückläufig und zwar bis zum 19. August. Auch das betrifft bei euch den Bereich des Berufsalltags und kann zu den bekannten Schwierigkeiten führen. Missverständnisse, verlorene Mails, verlegte Unterlagen, nicht weitergegebene Anrufe, Probleme bei technischen Abläufen und solche Sachen. Am 27. haben wir dann den Vollmond in den Zeichen Löwe und Wassermann mit dem Mars dabei. Zum Glück ist das ein Freitag und anschließend haben wir Wochenende, denn bei euch kann sich diese Spannung eben vor allem im Berufsalltag entladen, wo Kollegen oder Vorgesetzte wegen nichtigen Anlässen ausrasten. Für euch könnte eine angespannte Situation eventuell auf die Gesundheit schlagen, wenn ihr da empfindlich seid. Deswegen geht Stress möglichst großräumig aus dem Weg und lasst euch über das Wochenende keine zusätzlichen Aufgaben aufs Auge drücken. Rechnet damit, dass Menschen generell sehr reizbar und empfindlich sind und oft weiß man nicht, was man falsch gemacht hat. Wenn ihr in einem helfenden oder heilenden Beruf tätig seid, habt ihr wahrscheinlich rund um die Mondfinsternis besonders viele Anfragen. Allerdings kann es sein, dass eure Klienten sich als schwierig oder undankbar erweisen oder sich bei euch beschweren. Ein anderes denkbares Szenario wäre, dass die Liebe im Beruf zuschlägt, was aber schwierige Situationen nach sich zieht, wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht sein darf. Insgesamt solltet ihr in der zweiten Monatshälfte besonders achtsam sein, welche Signale ihr aussendet. Ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, viele von euch haben eine tolle und bezaubernde Ausstrahlung und das wird gerne als Bereitschaft zum Flirt aufgefasst, auch wenn ihr es vielleicht gar nicht so meint. Und das kann eben gerade im Jobbereich zu Problemen führen, wenn sich jemand dann von euch abgewiesen fühlt. Wenn jedoch die romantischen Gefühle auf Gegenseitigkeit beruhen, sind die Tendenzen für euch wunderbar. Und außerdem habt ihr Glücksplanet Jupiter auf eurer Seite und die Venus zeigt an, dass ihr einflussreiche Verbündete habt, die euch im Zweifelsfall zur Seite stehen. Das waren eure Konstellationen im Juli. Falls ihr ein persönliches Anliegen habt, auf das ich hier in den allgemeinen Sternzeichenhoroskopen nicht eingehen kann, könnt ihr euch gerne für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist am Freitag, den 29. Juni um 17 Uhr. Da könnt ihr mir dann eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Da können wir zum Beispiel auch schauen, wie die beiden Finsternisse im Juli in eurem Horoskop wirken. Danach mache ich mit dem Webinar Sommerpause und es geht dann im September wieder weiter. Ich bin ganz stolz, dass mein Buch über Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau, jetzt in der dritten Auflage erschienen ist. Neu und aktualisiert als Taschenbuch. Deshalb verlose ich diesmal eins der Bücher. Natürlich mit persönlicher Widmung. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials empfehlen. Da geht es um Uranus im Stier, Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Und Ende Juli gibt es ein neues Special über Lilith im Wassermann. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.